Was ist Cholocystitis? Cholocystitis ist eine Entzündung der Gallenblase, ein Organ, das für die Konzentration der bei der Verdauung verwendeten Galle verantwortlich ist. Personen mit Cholocystitis haben im rechten oberen Bauchbereich Schmerzen und können auch Symptome wie Übelkeit entwickeln. Die Behandlung für diesen Zustand variiert je nach Ursache, aber die Gallenblase wird üblicherweise vom Patienten entfernt. Die häufigste Form der Cholocystitis wird durch Chololitz, auch Gallensteine genannt, verursacht. Diese kleinen Materialstücke können die Kanäle blockieren, die die Gallenblase abfließen lassen, wodurch sich Galle ansammeln kann und die Wände der Gallenblase entzündet werden. Bakterien aus dem Darm können auch in die Gallenblase eindringen und eine Infektion verursachen. Wenn die Erkrankung fortbestehen kann, kann sich eine Entzündung auf die Umgebung in den Bauchorgane ausbreiten. Bei der Akalkolysen-Cholocystitis liegen keine Chololitz vor und die Entzündung wird durch etwas anderes verursacht. Eine verminderte Durchblutung der Gallenblase, wie dies manchmal bei Diabetikern der Fall ist, kann zu Entzündungen führen, ebenso wie die Ansammlung von Gallenblasenschlamm. Traumapatienten oder schwerkranke Patienten können auch entzündete Gallenblasen entwickeln. Die Erkrankung wird entweder als akut eingestuft, was bedeutet, dass sie nur einmal aufgetreten ist, oder chronisch, was bedeutet, dass die Entzündung andauert und anhält. In beiden Fällen wird nach einer körperlichen Untersuchung eine Gallenblasenentzündung diagnostiziert, bei der die Zärtlichkeit des Bauches deutlich wird, und die medizinische Bildgebung zeigt, dass das Organ entzündet ist. Sobald die Ursache festgestellt wurde, kann der Arzt die Behandlungsmöglichkeiten besprechen. Menschen mit dieser Krankheit müssen in der Regel ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie erhalten in der Regel Antibiotika und Medikamente, um die Entzündung zu lindern. In einigen Fällen können Medikamente verwendet werden, um die Gallensteine aufzubrechen und den Zustand zu beheben. In anderen Fällen muss möglicherweise eine Kolacistektomie durchgeführt werden, bei der die Gallenblase entfernt wird. Wenn der Patient für eine Operation nicht stabil genug ist, können Röhrchen eingeführt werden, um die Gallenblase zu entleeren, und der Patient wird unterstützend betreut, bis er stabilisiert ist und eine länger anhaltende Kolacistitis-Behandlung angeboten werden kann. Nach einer Gallenblasenentfernung erhält der Patient eine Pflegeanweisung, damit er oder sie verstehen kann, ohne Gallenblase zu leben. Die Patienten müssen in der Regel Ernährungsmodifikationen vornehmen und müssen möglicherweise bestimmte Medikamente einnehmen, um ohne Gallenblasen auskommen zu können. Die Galle ist immer noch für den Verdauungstrakt zugänglich, da sie von der Leber produziert wird. Bestimmte Verdauungsaktivitäten können jedoch durch das Fehlen eines Galleserfeuers behindert werden, das normalerweise in der Gallenblase enthalten ist.